Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe es geht euch allen gut, ich hoffe ihr seid fresh in diesen Donnerstag gestartet und alles ist soweit gut bei euch. Ja, ob es schon wieder viel zu spät ist, als ich diesen Podcast aufnehme, Donnerstag, 18. April, 20.14 Uhr, ja, gar nicht meine Zeit um Podcasts aufzunehmen, but you gotta do what you gotta do, ja, und die nächsten paar Podcasts werden genauso ein bisschen mit dieser Thematik auch zu tun haben, also war das eine Wahnsinnsüberleitung, ja, aber ich werde in den nächsten vier, fünf Episoden viel über Veränderung reden. Und heute fangen wir dabei an, was ein paar Anzeichen dafür sind, dass es Zeit für Veränderung ist, ja, dass du vielleicht die Alarmglocke bei dir läuten hörst, wenn du diesen Podcast entsprechend anhörst, warum du vielleicht was ändern solltest, ja. Wir werden in den nächsten Wochen viel über dieses Thema sprechen und werden dahingehend ein paar Dinge besprechen. Wir werden unter anderem Punkte besprechen, wie, warum du dich nicht änderst, ja, und ihr werdet da ein bisschen was erzählen drüber. Ihr werdet drüber erzählen, was mir geholfen hat und was dir helfen wird, dich zu ändern. Und ab dann geht es hoffentlich ab und du veränderst dich stabil. Das war, also wenn ich eine Werbung schalten würde, das wäre eine Katastrophe. Ja, muss man einfach mal so sagen. Na, aber Spaß beiseite. Ich möchte in dieser Episode über den Kern reden, weil wenn du nicht checkst, dass du was ändern solltest, wie willst du dann was ändern? Und ich möchte heute fünf Anzeichen, das heißt nicht, dass das alle fünf sind, die es gibt, ja, aber ich möchte heute fünf Anzeichen besprechen, die dich darauf hindeuten sollten, dass du was änderst. Was du änderst, wie du es änderst, warum du es nicht änderst, ist primär was für eine andere Episode, aber wir werden so ein bisschen the surface scratchen bei den Sachen, ja. Und ich habe jetzt gerade so eine Bewegung gemacht, als würde ich auf einer Schallplatte scratchen, ja. Als ehemaliger DJ, der niemals Hip-Hop aufgelegt hat und deswegen keinen Grund dazu hat, irgendwas auf dieser Schallplatte zu scratchen, ja. ist es pointless. Perfekt. Was sind die Anzeichen dafür, dass es Zeit für Veränderung ist? Wir starten bei Nummer eins. Du entwickelst eine immer größer werdende, quote-unquote, muss nicht so sein, aber ich will es so nennen, innere Unzufriedenheit. Du wirst mit jedem Tag, der vergeht, unzufriedener. Stehst auf und denkst dir, boah, ich habe keinen Bock auf den Tag. Boah, ich habe keinen Bock auf, zur Arbeit zu gehen. Boah, ich habe keinen Bock auf die Leute in meinem Umfeld. Boah, ich habe keinen Bock zum Sport zu gehen. Boah, ich habe keinen Bock auf das. Ich habe keinen Bock auf das. Whatever it is. Du kommst in ein Muster, wo Negativität sehr stark überhand nimmt. Und das schlägt sich meist auf alles nieder. Wie erkennst du das? Das ist eigentlich ganz witzig, weil vor allem außenstehenden Menschen oder wenn du dich vergleichst mit, mit wie du warst beispielsweise, als du vielleicht was gemacht hast, was dich erfüllt hat. Es gibt gewisse Menschen, die sind seit eh und je unzufrieden. Da ist es schwierig, diesen Vergleich zu ziehen. Aber trotzdem, wenn du einfach merkst, dass du nicht du selbst bist, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass du Verhaltensmuster, Denkmuster an den Tag legst, die anders sind wie sonst. Wenn du jemand bist, der eigentlich eine sehr aufgestellte Person ist und plötzlich aber immer negativ bist, immer pisst bist, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass wahrscheinlich gerade irgendwas falsch läuft. Dann ist das ein Anzeichen dafür, dass du vielleicht mal genauer unter die Lupe nehmen solltest, was gerade in deinem Leben so abgeht. Und diese Unzufriedenheit kann von verschiedensten Quellen stammen. Es kann der Job sein, es kann eine Beziehung sein, es kann das Umfeld sein, es kann der Trainingsplan sein, der Wissensstand, der Vergleich mit anderen. Es kann so vieles dazu führen, dass diese Unzufriedenheit sich ausprägt. Aber meistens ist es so, dass sie sich dann auf sehr vielen Lebensbereichen niederschlägt. Das heißt, die Unzufriedenheit herrscht dann vielleicht nicht nur in dem Szenario, wo sie herkommt, sondern auch in allen anderen. Beispiel dafür, ihr habt eine Kundin, aber mittlerweile geht es ihr besser, und deswegen wollte ich sagen, ihr habt, aber ich habe sie immer noch. Ich habe eine Kundin, die hat mir in einem Check-in davon erzählt, dass sie sehr stark mit den Übungen struggelt und die Übung macht ihr keine Lust und darauf hat sie keinen Bock und das zahlt sie gerade nicht so und da ist etwas scheiße und das hat mit der Ernährung nicht geklappt. Und ich kenne die Person mittlerweile schon ganz gut und ich weiß, was sonst noch in ihrem Leben abläuft, weil wir darüber reden, weil ich ziemlich viele Insights auch habe bei Personen, weil es irgendwo auch wichtig ist, genau damit ich eben solches Feedback dann geben kann. Und ich habe ihr gesagt, wenn ich dich gerade so reden höre, dann ist der Grund dieser Unzufriedenheit mit deinem Trainingsplan, mit deiner Ernährung, mit deinem Lebensstil, der hat nichts damit zu tun, wie du trainierst oder wie du dich ernährst. Und das Grundproblem liegt wo ganz anders. Und siehe da, wir wussten, wo das Grundproblem liegt. Und dann ist die Lösung, nicht den Trainingsplan zu ändern. Das kann ein Tool sein, um zu helfen, aber die Lösung ist es, das Grundproblem zu lösen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn diese Unzufriedenheit immer wie größer wird, dann musst du verstehen, wo diese Unzufriedenheit herkommt und da ansetzen. Das ist der erste Punkt. Und das ist auch ein Punkt, der so ein bisschen dazu führt, dass die Leute oftmals anfangen, sehr negativ zu sein. Das habe ich schon gesagt. Aber die Schuld auch bei anderen anfangen zu suchen. Ja, der macht einen scheiß Job und wegen dem bin ich da. Und ja, wenn ich es so einfach hätte wie der. Aber das sind alles Ausreden. Das sind alles Ausreden, wo du dich rechtfertigen willst. Warum du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du bist, obwohl du einfach was ändern müsstest. That's it. Und warum du dich nicht änderst, das besprechen wir, wie gesagt, in einer weiteren Episode. Zweiter Punkt. Du lebst immer nur nach den Wünschen anderer. Das sind so diese typischen People Pleaser. Du willst es jedem recht machen. Wenn jemand sagt, hol mir das, dann holst du das. Ja. Wenn jemand dir im Büro sagt, oh, kannst du mir noch einen Kaffee holen? Ah, und magst du mir das noch holen? Und magst du vielleicht diese Arbeit noch machen und das? Und du sagst du allem Amen, ja und Amen. So. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass du wahrscheinlich was ändern solltest. Du machst all das, was die anderen wollen, aber wenn du dich mal wirklich reflektierst, machst du nicht das, was du willst. Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Und das heißt nicht, dass man anderen Leuten keinen Gefallen machen soll. Das meine ich überhaupt nicht damit. Ich liebe es, Leuten zu helfen, sonst würde ich nicht coachen. Ich liebe es, für Leute da zu sein. Ich liebe es, mit Leuten gemeinsam was zu erschaffen. All das liebe ich. Und das hat auch mit anderen Personen zu tun. Aber, wenn ich anfange, mich zu verstellen, wenn ich anfange, für mich immer weiter zurückzutreten, um es einfach anderen recht zu machen und im schlimmsten Fall sogar Leuten recht zu machen, die ich nicht mal mag oder von denen ich nicht mal was will oder denen ich eigentlich gar nicht helfen will. Das ist ja absolut legitim. Wir wollen und können nicht allen helfen. Dann wird es zum Problem. Und wenn du das bemerkst, dann solltest du da was ändern. Weil dein Leben ist nicht dazu bestimmt, nach den Wünschen anderer zu leben. Sondern dein Leben ist dazu bestimmt, dass du entscheidest, was du machst. Und wenn deine Entscheidung ist, ich möchte so vielen Leuten wie möglich einfach helfen und was Gutes für sie tun und that's it. Und ich nehme mich dabei zurück, dann ist das okay. Aber dann tust du es für dich. Und das ist der springende Punkt. Dritter Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt, der sich bei sehr vielen Leuten einschleicht, die auch schon Dinge machen, die sie gerne machen. Die auch schon vielleicht Ziele erreicht haben oder auf dem Weg sind, ihre Ziele zu erreichen, wo sie hin wollen. Und zwar ist der dritte Punkt, du machst keine Dinge mehr, die außerhalb des Komforts stattfinden. Es gibt super viele Leute, die mir sagen, boah, du arbeitest schon so hart. Und du machst schon so viel. Und oftmals muss ich den Leuten widersprechen. Und ja, vielleicht mache ich viel. Ja, vielleicht sitze ich um 20 Uhr, 23 Uhr noch hier zu Hause mit meinem, wie sagt man, mit meiner Belichtung und meiner Kamera und nehme einen Podcast für euch auf. Und vielleicht deuten das andere als, okay, du hast um 6 Uhr angefangen zu arbeiten heute und bist um 20 Uhr, 23 Uhr immer noch bei der Arbeit und hattest nicht viele Pausen heute. Ja, vielleicht mag das sein. Aber Komfortzone ist sehr, sehr individuell. Und Komfortzone ist etwas, was sich etabliert. Das, was ich jetzt mache, war vielleicht vor drei Jahren komplett außerhalb meiner Komfortzone. Das, was ich jetzt aber tagtäglich mache, ist heute eher meine Komfortzone. Es ist der Standard. Und wenn ich zu lange in diesem Standard bleibe und mich damit zufrieden gebe, das heißt nicht, dass ich nicht dankbar bin, nicht falsch verstehen, aber wenn ich mich damit zufrieden gebe, dann klaut mir das Potenzial für mehr Wachstum. Weil für mehr Wachstum muss ich Dinge machen, die ich noch nicht gemacht habe. Muss ich Dinge besser machen. Muss ich Dinge schneller machen. Muss ich Dinge, muss ich andere Dinge machen. Whatever it is. Aber ich muss etwas machen, was nicht das ist, was ich eh tagtäglich immer tue. Und deswegen ist Komfortzone der Killer für Wachstum. Und Komfortzone ist nicht immer gleich. Komfortzone ändert sich. Und das verstehen viele nicht. Nur weil du vor zwei Jahren was gemacht hast, was außerhalb deiner Komfortzone war, heißt das nicht, dass es heute noch außerhalb deiner Komfortzone ist. Vielleicht musst du einen Schritt mehr machen, damit du wieder außerhalb deiner Komfortzone bist, um wieder weiter zu wachsen, um wieder mehr über dich selbst zu lernen, um wieder resilienter zu werden, whatever it is. und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein gewisses Maß an Sicherheit ist ganz wichtig und auch nötig. Das darf man nicht vergessen. Also das will ich hier auch nicht absprechen. Du musst nicht nur außerhalb der Komfortzone leben. Ganz wichtig. Wir brauchen einen gewissen Komfort, dass wir uns sicher fühlen. Ansonsten haben wir ein Problem. Weil ansonsten sind wir komplett anxious die ganze Zeit. Und das ist dann auch wieder ein negativer Feedback-Loop, so, um bestmöglich zu leben. Es gibt crazy Motherfuckers, die das gut können. Und ich lebe auch sehr oft in Anxiety und kann damit relativ gut umgehen. Aber es muss trotzdem ein gewisses Maß an Sicherheit da sein. Ich könnte nicht einfach, keine Ahnung, nur einen Laptop haben und würde die ganze Zeit rumreisen und nicht wissen, wo ich das nächste Mal staye, whatever. Das wäre zu viel außerhalb, also das wäre so weit außerhalb meiner Komfortzone, dass es negativ ist. Und es gibt ein zu viel aus der Komfortzone sein. Und das darf man nicht vergessen. Okay? Yes. Was hier auch noch ein erwähnenswerter Punkt ist, den ich schon beim ersten Punkt genannt habe, ist ein limitierendes Umfeld. Weil dein Umfeld kann deine Komfortzone sein. Und wenn dein Umfeld dich zurückhält, dann ist dein Komfort ein zurückhaltender Mechanismus. Das heißt, du limitierst dich durch das Umfeld, Fortschritt zu machen, den du machen könntest, wenn du dieses Umfeld nicht hättest. Und das gilt es auch immer wieder zu reflektieren. Umgebe ich mich mit Leuten, die mir gut tun, die mich weiterbringen, die mich antreiben. Fragen, die man sich stellen muss. Punkt 4. Eigentlich ein obvious Punkt, den sehr viele Leute verdrängen, weil sie Angst haben, sich einzugestehen, dass es so ist. Und zwar ist das, du stehst seit Ewigkeiten am selben Punkt. Und damit meine ich nicht Wochen. Auch nicht unbedingt zwei, drei Monate. Damit meine ich wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahre. In gewissen Szenarien vielleicht auch 1, 2, 3, 4 Monate. Und in gewissen Szenarien vielleicht auch 1, 2, 3, 4 Wochen. Aber da nehmen wir jetzt zum Beispiel bei 1, 2, 3, 4 Wochen rede ich von einem End-of-Prep-Szenario. Oder von einem generellen Prep-Szenario. Von 1, 2, 3, 4 Monaten rede ich vielleicht von einem normalen Fitness-Journey. So wenn du nach 4 Monaten wirklich immer noch genau dasselbe Gewicht bewegst, genau gleich ausschaust. genau gleich viel wiegst, dann solltest du dich vielleicht auch mal fragen, okay, muss ich da vielleicht was ändern. Aber es geht vor allem darum, dass wenn du effektiv immer wieder am selben Punkt stehst, wenn du über Jahre Dinge tust. Und am selben Punkt zu stehen ist nicht per se falsch. Das will ich auch nochmal erwähnen. Ja, also soll sich bitte kein Mensch offended fühlen, der immer am selben Punkt steht, der das will. Es gibt Leute, die sagen, ich will genau da bleiben, wo ich jetzt bin. Und das ist totally fine. If that's fine for you, go for it. Nobody fucking cares. Ja, das ist dein Leben. So. Ich will nicht stehen bleiben, wenn du stehen bleiben willst, that's your thing. Ist für mich absolut legitim. Du bist kein Stück wertloser oder keine Ahnung was. Wenn du das willst, bleib stehen. No problems. Okay? Aber reflektiere dich ehrlich und seh dieses Stehenbleiben nicht als Ausrede. Das heißt, sag nicht, ja für mich ist es okay, wenn ich hier bleibe, obwohl es es eigentlich nicht ist. Das heißt, wenn du seit Ewigkeiten am selben Punkt stehst, reflektiere dich und wenn du an diesem Punkt sein willst, that's fine, aber wenn du nicht da sein willst und es dir nur einredest, damit es dir damit besser geht, fucking change something. Und der letzte Punkt, den ich hier noch ansprechen wollte, ist, du hast schon lange Träume, aber gehst ihnen nicht nach. Es hat ein bisschen, ich sag jetzt mal, Überschneidungen mit der Komfortzone und auch mit dem ersten Punkt, mit der Unzufriedenheit, aber es ist schon so, dass sehr, sehr viele Leute da draußen so lange von etwas träumen, nach etwas in ihrem Kopf streben und sagen, boah, ich hätte schon so gern, so lange hätte ich schon so gern ein Sixpack oder ich wäre schon so gern mal auf diese Bühne gegangen oder ich hätte schon so gern mein eigenes Business, muss noch nicht Fulltime sein, aber ich hätte so gern einfach mein eigenes Business mal angefangen, ja, ein paar Kunden gewonnen und die Angst limitiert dieses, ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann, ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll, ah, ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen soll, Problem. Mehr dazu in der nächsten Folge. Aber, der springende Punkt ist, wenn du lange Träume hast, fucking go for them, fucking work for them, Träume ohne die Arbeit, die man investieren muss, um ihnen nahe zu kommen, bleiben Träume, sie werden niemals Realität und wenn du willst, dass es Realität wird, dann musst du über diese Ängste springen, dann musst du über deinen Schatten springen, weil wenn du so stark inspiriert wirst, dass du eigentlich den Punkt hast oder an dem Punkt bist, wo du weißt, hey, ich will was ändern, ich will dahin, ich habe meine Vision, fucking do it, fucking do it, ansonsten wird sich nichts ändern. Yes. Und das waren diese fünf Anzeichen, die ich heute ansprechen wollte. Wenn ihr dazu Input habt, Fragen habt, immer gerne auf Instagram schreiben, Newsletter abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, ja, fünf Sterne Rating da lassen, wir sind schon fast bei 260 fünf Sterne Ratings und ich bin euch so fucking dankbar, wirklich. Diese fünf Sterne mit so vielen Ratings bedeutet mir unglaublich viel und ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich wirklich guten Content mache und dass ich Mehrwert liefere und dass ich meinen Job immer verbessere, dass meine Qualität vom Podcast besser wird, sei das visuell, sei das auditiv, sei das generell von meinem, wie ich rede, whatever, also wenn ihr meinen ersten Podcast mal anhört, dann wisst ihr, ich habe improved, ja, und wenn dieses Feedback zurückkommt, dann weiß ich das enorm zu schätzen, ja, wirklich enorm und deswegen danke, danke, danke an dieser Stelle. Das war's für diese Folge, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Resttag, ja, gibt's Gas und wir hören uns beim nächsten Mal, ich wünsche euch noch einen wundervollen, das habe ich schon gesagt, perfekt, ich wiederhole mich, ja, super. Haut's rein und bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.